Singen lernen ohne Angst. Das Thema Angst ist ein Megathema für uns Sänger, im Grunde für alle, die sich auf eine Bühne stellen oder auf einer Plattform, wo andere Menschen dir zuschauen. Das ist völlig normal, denn wer will schon abkacken? Man hat Angst davor, Fehler zu machen, man hat Angst davor, einen Song so richtig zu versauen und an die Wand zu fahren. Jetzt, wenn du am Üben bist und du hast einen Song, der extrem weit außerhalb deiner Komfortzone ist, das ist cool, wenn du am Üben bist. Aber wenn du auf die Bühne gehst, dann muss das entweder so trainiert sein, dass du das 100% in der Hand hast oder du lässt den Song. Oder du machst den Song zu deinem. Du machst ihn in deiner Tonlage, wo du gut klingst und wo du dich sicher fühlst. Wen interessiert schon das Original? Deshalb heißt es ja Original, das gibt es ja bereits. Was ist deine originelle Version von diesem Song? Mein Name ist Andreas Häuser, ich bin Vocalcoach und wenn du es willst, bald auch deiner. Abonniere meinen YouTube-Kanal, den Newsletter auf der Homepage und wir sehen uns. Bis bald, dein Ande.